Es schneit, wir haben es alle festgestellt. Heute Morgen Tramnig fahren. Hier in der Stadt sind alle im Ausrasten. Danke vielmals! Ein paar Leute haben hier Schwierigkeiten mit Fussfassen. Den Graubünden ist ein ganz normaler Tag im Januar. Darum zeige ich euch heute, wie man im Schnee läuft. Weiche in den Knien. Tiptop. Und immer im Movement. Ziehen! 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 Schauen Sie so! Ja, dann geht es viel besser, oder? Bleiben Schnee sicher und abonnieren Easy Project auf YouTube! Ich bin wie an der Kamera. Bis zum nächsten Mal. when Wie im